Hör auf Leute zu schlagen! Ich bin dafür, dass wir das Huhn opfern. Lass uns Huhn nicht opfern! Wartet, wartet, gib mir erst mal Wolle! Wer hat den Baum der Freundschaft zerstört? Holt sie, holt sie, holt sie! Ey, ich bin nicht Fede! Verbrennt die Hexe, verbrennt sie! Ey, bekomme ich jetzt ein Bett! Okay, die Blume der Freundschaft! Er hat das vorher erwidert! Bekomme ich jetzt... Bekomme ich das Bett? Nein, ich bräuchte mir so einen Aufdruck von wegen mit dem Baum der Freundschaft! Beeil dich, ich verhungere, ich brauch was zu essen! Wenn der Baum gewachsen ist! Essen! Kann ich nicht! Komm her, Vitaly! Also wir sind zu viel Don't Stop gespielt, Luca! Ja, ich weiß nicht, warum Stefan wegrennt! Stefan ist... Ja, du wolltest mir Wolle geben! Oh, so stimmt! Ups! Ein Faggot! So, äh... Hier, du kriegst drei graue Wollen! Ist mir scheißegal! Ich hab'n Bett! Braucht doch irgendjemand ein Bett, oder? Ja! Das beanspruche ich das Bett! Ich bin ein Bett! Wer beansprucht? Fick dich! Peter! Ja! Ich hab'n Angst, warum mach's! Ja, ich bau glaub ich... Ich bau glaub ich... Ich bau glaub ich... Ich bau glaub ich... Ich bau glaub ich hier mein Haus, Alter! Was in der Haus ist das? Das wird halt das Haus! War's die Ruine? Ja! Das ist das mal eins! Das ist aus wie ne Kirche! Warum sieht's aus wie ne Kirche? Das ist quadratisch! Quadratisch, praktisch, guuuuut! Ich bin wieder ganz am Anfang, oh boah! Wir brauchen Betten, man! Oh, alter, geile, eh, unumal! Boah, alter, geile, eh, unumal! Boah, alter, geile, eh, unumal, eh, oh! So, shit, leck mir die Eier, oh! Ich bin mir ziemlich sicher, dass hat den nicht gesagt. Was deckt mir die Eier? Ja. Das hab ich gesagt. Dreh mir vor, aber nicht mehr. Ist bei euch, Stefan, auch so laut? Nö. Stimmt's, Chef, vielleicht hast du uns wieder ein Nicing gemacht, ich Skype-checkt. Ach, stimmt, der nimmt ja gar nicht auf. Ups! Was? Was, Juden? Ich mach mal auf. Äh... Ich muss das jedes Mal bringen. Also Stefan schon... Also hat jeder im Bett zum Schlafen, weil ich müsste halt einmal schlafen. Nein! Nein! Ja, bitte, den kannst du dir einfach reinlegen, dann ist das... Der mal reinlegen, dann ist das Bon gesetzt, da, eben. Das ist echt so? Ist das echt so? Ich muss genau die Mein-Kraft nacken. Ich muss genau die Mein-Kraft nacken. Einfach reinlegen, so. Bin ich nicht echt zu laut bei euch, leider? Ich kann mich aber leider stellen. Kann ich bei irgendwen übernachten? Oder ist jetzt grad schlecht aus? Ich hab nur ein Bett. Du kannst bei mir ins Haus gehen, aber ich hab kein Bett. Ihr könnt hier rausgehen. Und dann, wir schlafen am Donnerstag. Wir schlafen bis Donnerstag, was? Schlafen ist draußen. Aber dann wären wir doch Haker. Warum? Haker? Wir wären echt Haker. Sagt der Richtige. Wir wären Hakerin. Hakerin und so, genau. Haker. Ja, egal. Wetter hat sein Viereck auf die Insel gebaut. Ich glaub das ist mein Viereck auf der Insel. Oh. Du hast noch ein paar Fackeln? Äh, ich hab eine. Sag dir mal her was du hast. Ich nehm mir Steine. Hey, klau nicht meine Sachen. Ich nehm nur Steine, Bro. Gib mir die fucking Steine. Ich hab keine anderen Steine. Ich hol dir neue, komm mal. Ich hab keine fucking Steine. Mach dir die Tür zu. Kannst du mir ein paar Fackeln geben? So. Ich hab eine hier. aber warte ich müsste irgendwo noch Kohle haben ich kann dir vier Fackeln geben gib mal bitte vier Fackeln gib mir vier Fackeln und da gib mir vier Fackeln Fackeln nicht lang mann so wow ich hab das zu deinem Wohl gemacht ja danke zum Wohl der Freundschaft ja Opheda ich weiß zwar dass du auch in real life klein bist aber muss das Haus so klein sein Fick dich! Raus aus mein Haus! wunderschön jetzt Juni ich hasste das am Anfang jetzt muss ich hier im Haus warten bis die so oh jetzt kommt ein Zombie Lukas egal wir sind hinter der Tür nein mach die Tür zu runter von meinem Rasen mit dem Holzschwert leider darf ich ja nicht schreien ich bin krank oh mein Gott oh ich verstehe so verstehe er wieder ich hab dich an ja hör auf mein ganzes Dreck zu klauen du bist ja man warum nimmst du? ich hab gar nichts getoppt ähm Leute wie mach ich n' Zaun? äh 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 soll ich's jetzt erklären? in der Mitte äh am besten wär's wenn einer auf mich zurede in der Mitte Stäbe und Außen oder ob nix oben in uns was? was? wir was? wir sind 65 und dann links tust du rechts und dann was rein was soll ich machen? Mach die Form eines Penisses das fieb's so das kommt vielleicht sogar den anderen dreck mich nicht mehr was soll ich machen? was soll ich machen? ja warte 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 ja was gibt's? Big doch an die Junge ey erzähl's mir doch einfach äh du musst du wirst äh in der Mitte zwei Sticks und links und rechts zwei äh Holz oder? und Holzbräck ja ich glaub schon ey wie so war das ich weiß nicht ey 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 du weißt Stefan's Minecraft-Guide Hä, bist du mich verarscht? Ich kümmer mich an den 1-Zombie hier Ah, hab's Das ist so witzig, du punchst die einmal, dann fliegen die voll weit weg und dann wartest du einen Jaja Da kommt ein dritter Oh nein, den dritten können wir nicht hören, Fede, abbrechen, abbrechen runter von der Insel Fede, sprengt das TNT, los! Selbstzerstörung aktiviert Schwerauffeldern, nie um die Bombe! Oh, ich komm nicht mehr weiter I have iron Alter, ich hab unter meinem Haus die übelste Äh, Ding Oh, äh Zombie-Orgie Ähm, nein, nein, äh Kohle-Minen-Ding Wow, der hat ne Schwert, der auf euch nicht vorbereitet bin Ich hab besser Abort mission, verlassen sie Der hat echt ein Schwert, ich will das haben Ja, warte, wir killen ihn Gib mir dann fucking zu! Hast du, hast du ein Schwert? Ich hab ne Spitzhack Ich hab mal einen Steinschwert Du kannst übrigens irgendwas machen Du hast das Steinschwert, Bro Komm, du kannst sie bekämpfen Ja, Feder, go, go, go! Ich hab wer gesagt, dass ich mich gegen dich verwende Dann lass ich die Oh Gott, die Nacht hat erst grad angefangen Ich verbinde mich hier nur gegen einen und das ist Der mich letztes Minecraft Season gekilltert Ach ja, Judas! Ja, ich kann mich auch erinnern Das wollte ich eigentlich sogar vorhin ansprechen Wir haben glaube ich gar nicht wirklich erklärt, wieso wir nicht mehr weitergemacht haben Leute Lukas, was machst du? Wir hatten einfach alle keine Zeit mehr dazu Ja, oder so Ja, oder so Nein, nagen mich daran, dass wir einen Judas hinter uns hatten Als ob Kann es sein, das ist der Maximal? Es ist Schuld einem total unschuldigen Menschen gegeben Ein M.U. Total unschuldig war er vielleicht nicht, aber trotzdem Wieso sprichst du von dir in der dritten Person? Ich kann nämlich sagen, nur diese arme Person Wird hier total fertig gemacht Vergewaltigt mit Worten, meinst du? Was meinst du? Was hast du gesagt? Vergewaltigt mit Worten Oh, da kommen noch mehr Zombies Alter, was haben die gegen meine Insel? Die wollen meine Insel einnehmen Du bist doch in der Haustür Wir spielen keinen Scheiß zu dir, ihr Wichser Hier ist keine Flagge Verpisst euch Ich hab den Bacon da gelassen, verstehst du? Ah, Pisa Lamp Ja, genau Das wollte ich auch sagen, man Sieben Boah, allerkranzig ist der Lamp Du willst ich mit mir anlegen zum Beispiel, komm her Was geht Vitali Spins Lenk Du bist ja Ich war in Vitali als bin Slain Lukas, du bist du hin? Bin weg Was macht eigentlich, warum Schild zu probieren? Ich wohne eigentlich da drüben In diesem Holzdienst da nicht Jo, ich Wollte nur eigentlich für eine Nacht bleiben, aber Wollte nur eigentlich für eine Nacht bleiben, aber Wollte gefällt mir doch irgendwie Ich bin nicht Äh Ellen 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 Boah, wie ist mir das lange, um die ganze Zeit mit meiner Schlucht da unten zu gehen? Fede Fede Pausch mir Kohle gegen Essen Also ich geb dir Essen, äh, ich geb dir Kohle und du gibst mir Essen Fede hab dich mal Essen Ja, ich mein ja, dass du jagen gehst, weil ich hab Nee, du musst mir nicht, ich werd keine Kohle geben, ich geb dir auch zu lassen Ja, ich hab aber diese Höhle abgebaut, wo du da vorhin gesucht hast Tausch mir Eisen gegen Essen Mensch, find ja Nee, spaß �